Das war eine klassische Leichtathletik-Distanz, eben ein Marathon in einer klassischen Tourismusregie. Nämlich der, der auch so etwas wie die Liege vom alpinen Skirennsport ist oder vom Wintertourismus wie im Juntogen. Stell dir jetzt vor, da sind noch Berge, 4'000er Gletscher, Felsen. Und dann ist die Idee geboren. Wir haben gesagt, starte zum Beispiel das Interlach. Das haben wir dann weiterentwickelt. Auf jeden Fall sind wir dann über die Karten und haben das einmal ausgerichtet und haben gesehen, 42 Kilometer liegen drin mit fast 2'000 Meter Steigung. Man muss schon unterscheiden. Es ist nicht ein klassischer Städtenmarathon. Es tut sich stark unterscheiden. Es ist im Prinzip ein guter Halbmarathon, also 25 Kilometer. Mehr oder weniger. Eben, flach. Mit kleiner Steigung nach Unterbrunnen. Und dann ist der Berglauf. Aber ich erzähle den Juntogenmarathon schon eher zu der Ultragattung. Also was über einen normalen, habe ich gesagt, die Leistung von einem normalen Marathon herausgegeben. Der Juntogenmarathon ist ja nicht zuletzt aus dem Grund berühmt worden, durch eine amerikanische Laufbibel, die der Streckenführung im Juntogenmarathon in einem Rating Nummer 1 hatte, und es hatte keinen Punkt, auch die Schönheit der Strecken. Hier unten im Park hast du genug Platz zur Strasse. Und dann hast du deinen Rhythmus, und dann kannst du dich plötzlich einreihen. Und in der Ruhe gehen die Berge, die hängen weg. Das ist eigentlich sekundär. Z.B. das erste Mal, wenn du auf Lauterbrunnen kommst, dann bist du vorher einfach ein paar Kilometer schön, die Landschaft ist für dich. Dann kommst du auf Lauterbrunnen, die Bahn auf Estin. Und das nächste Mal passiert das Zwängen. Das ist so sensationell. Und ich weiss einfach, was wir wagen. Und jedes Mal mit der Tür zurückkommt. Das ist so schön. Und ich glaube, das Geniessen und das Leiden ist nie so nah zusammen wie bei den Männern. Und das macht sicher einen grossen Teil der Faszination aus. Eine der Spezialitäten ist natürlich auch, dass wir nicht das Läufergepäck einfach schön zu fortieren können. Wir haben einen Interlacker und die Schotten unten noch an. Und auch schön kleine Boxen tun. Und dann das einfach auf die kleine Scheideck transportieren. Und dort schön in der Reihe und Glied hinzutun. Das funktioniert nicht. Denn wir müssen ja das in Grindelwald rund vom Lastwagen, von zwei Lastwagenzügen auf die Bahn umladen. Und dann sollte das noch auf die kleine Scheideck, möglichst bevor das der erste Läufer da oben ist, auch wieder schön ausgesortiert sein. Das ist eine kleine Getausstabsarbeit, die genau funktioniert. Indem, dass wir kurz vor dem Start noch mit diesen beiden Lastwagen fort müssen. Ja, ja, ja. Für dich auch. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Vor dem Start ist eine Frau wieder hergekommen. Sie haben gesagt, sie sei bei der Startnummer ausgesehen und sie haben ihre Startnummer auch nicht. Und dann haben sie mal auf den Computer geschaut. Und dann haben sie gesagt, ja, ihr seid ja gar nicht angemeldet. Nachher hat die, von einer Sekunde auf eine andere, einen Heulkrampf bekommen. Die ist richtig zusammen, die ist zu Boden. Wir haben sie gestützt, wir haben sie aufgeworfen, sie haben auf den Stuhl gesetzt. Ich sollte jetzt mal erklären, wie sie ihr zukommen sagen, sie sei angemeldet und wir haben sie da nicht. Dann hat sie ja verschnüpfen und geschnitzelt. Dann hat sie gesagt, sie sei doch unbedingt einen Marathon wollen. Und dann haben sie ihre Laufzeitschrift das Inserat aufgegeben. Sie haben 500 Franken gezahlt für das Inserat und haben dort einen Startplatz gesucht. Und dann haben sie einen angerufen und gesagt, er könne nicht gehen. Sie können seinen Startplatz haben. Es sei alles in Ordnung. Und ja, mit einer Anmeldung gebührt, das tut man dann auch Regeln unter anderem. Aber es sei ironisch, sie können nicht gehen. Aber er hat natürlich nicht gesagt, er hat das vergessen, uns das mitzuteilen. Und sie hat sich auch nicht gemeldet. Darum haben wir sie nicht gehabt. Man hat auch noch schnell über die Nummer gemacht. Und die Scheibe hat sie auch bekommen. Sie ist gerannt und sie ist gar nicht so schlecht geworden. Einige Informationen Dann 768. Ich bin der Sitzung zu unter anderem. Ich bin der Sitzung. Vielen Dank.